Hier ist der Aufzug. Ein Menschheit und Mendelaufzug. Der Ersoberstoß ist eigentlich das Erdstoß. Hier kann ich schon holen, ist der Aufzug. Das ist sehr schön, aber das ist nicht fällig. Ich will auch noch mit der Hand und Ausschaltung. Vielleicht auch noch nicht. Der steht bis oben und da oben steht bei Ehefreiheit. Auch der Aufzug wurde nachträglich eingebaut, im Jahr 2008. Das sind die normalen Toiletten. Hier können die Weiche sich noch besser hören. Wir haben hier ein Sammel. Hier ist 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 ein Sammel. Was der Ausgang gefahren ist, dann nach oben ist das Obergeschoss, eben so Anführungszeichen bei der Obergeschoss, denn eigentlich ist das, hier ist die 2. Etage, die 1. Etage, das 1. Obergeschoss, hier ist das 1. Etage und dann die Etage 0, hier ist die Strassebene. Jetzt habe ich auch zum ersten Mal erlebt, dass man zwischen dem Erdschoss und dem Erdschoss und dem Erdschoss nur wenige Stufen niedert, ich bin wirklich zum ersten Mal gesehen. Da ist der Ausgang, der unten ist der Ausgang, die eröffnet, Tropfen, Aufzug, der Bürgermeister, unser MS-Obergeschoss und bis jetzt noch seit dem zweiten Obergeschoss. Hier steht natürlich, dass sie auch von unten für den Obo sind. Hier schließt sich die Tür. Hier schließt sich die Tür. Die Tür öffnet sich. Nee, wir müssen da nicht schreien, komm. Ja, da ist auch schon ein Video bitte nicht. Hier schießt sich.